Musik Leben wir in einer Massenpsychose? Wie steht es um die Nebenwirkung der Impfung? Was hat Corona für Ähnlichkeiten mit der Schweinegrippe? Diese und viele andere Fragen, die habe ich heute diskutiert mit einem der bekanntesten Corona-Maßnahmen. Kritiker Dr. Gunther Frank aus Heidelberg, Autor bei der Achse des Buches, schreibt auch für meine Seite, Autor des Buches, das Staatsvirus und was er da sagt. Ich glaube, das Virus würde fünfmal gesperrt waren bei ihren Aussagen zum Thema Impfung. Warum könnt ihr das nicht auf YouTube zeigen? Aber das ist ja heute fast schon ein Qualitätsmerkmal, das man sagt. Wenn ich sage, ich kann das Video nicht auf YouTube zeigen, dann heißt das, das ist ein interessantes Video. Vielleicht erzählen Sie noch ganz kurz, Herr Dr. Frank, Zensur bereinigt, also die Schere im Kopf dann zu haben, aber nur hier im Video hat er die nicht ganz versprochen. Auf Götter, auf Rampel, im freien Internet ganz spannend. Vielleicht erzählen Sie kurz nochmal das Wichtigste. Genau, muss ich mal kurz überlegen. Also vielleicht, ich habe einen guten Rechtsanwalt, ja, also die Prozesse werden gewonnen. Ja, Corona ist ein Symptom einer Gesellschaft auf Abwägen. Bei Corona geht es nicht um Medizin, sondern geht es um gesellschaftliche Entwicklungen, die schon weit vorher aus dem Ruder gelaufen sind und die uns jetzt bei Corona auf die Füße fallen. Und das Kernproblem, was ich sehe, ist die Kompetenzentkernung unserer Institutionen. Und das wird jetzt gerade so richtig deutlich. Ja, mich haben Ihre Schilderungen an Idiocracy erinnert, diesen US-Film, wo jemand in der Zukunft aufwacht als Eingeborener und wo er dann von lauter Idioten umgeben ist, weil die Menschheit sich sozusagen tief nach unten entwickelt, intellektuell. Aber auch ganz, ganz spannend, was Dr. Frank zum Thema Impfungen sagt. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Ein kleiner Klick von Ihnen hier unten auf Rampel auf Odyssee. Und Sie sind im freien Internet. Abonnieren Sie auch Getter. Ganz, ganz wichtig. Da wird auch nichts zensiert. Und Telegram, obwohl da schon zensiert wird. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Frank. Und Ihr Buch empfehle ich nochmal. Zeigen Sie es nochmal auch hier kurz. Der Staatsvirus. Genau, weil es ist ja kein biologisches Problem, was wir haben, sondern ein systemisches. Wie der Computervirus eben haben wir gerade ein Problem mit dem Staatsvirus. Also ein Buch, das ich wenigstens empfehle. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, auf Wiedersehen.